Drei gewonnene Sätze. Schöner Seitenwechsel, 2 zu 0 Führung für den Deutschen. Wichtiger Punkt, lange Ballwechseln sind normalerweise eine Spezialität von Timo Boll, allerdings ist er da etwas zum Angriffen. Schade. Was von der Bewegung her hinten nachhören können, wäre wichtig jetzt da dran zu bleiben. Und wieder. Schöner. W. Kante entschuldigt sich natürlich sofort dafür. Na, wieder mit. Sehr schöner Topspin. Hervorragend Tisch an sie. Gute Qualität, schwierig für Boll, der da wieder etwas zu lang ist des Niederösterreichers. Boll ist. Bis jetzt. Auch jetzt wieder. Großartig. Was natürlich eine Sensation wäre, denn klarerweise ist Düsseldorf etwas verunsichert sind, sofern man was hier im Moment passiert. 3 zu 2 Führung für Harbeson. Das Mädchen chatten. 4. Wird die Musik von der Raumγästen reinpassen. 6. 4. 9. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 14. 15. Gut geblockt, aber auszutöpft. Der Marc drüben steht, eigentlich auf seiner Rückkantseite, jetzt gut gespielt. Oh, scha- Und jetzt hat er der Satzball, Daniel Habeson. Wieder mit der Vorhand extrem gute. Aber wie viele Chancen braucht er denn noch mit? 13, 13. Das war's, 15 zu 13. Timo Boll gewinnt Match Nummer 1.